so hier ist bei der kamera mickey und da ist der gute abu wir haben uns mal heute hier versammelt hier ist übrigens auch vor hat und hat man nicht gesehen und wir chillen heute hier im kaiserhof breitenberg hatte geburtstag da ist rick am start und ja mal schauen was noch so geht den ganzen tag den ganzen tag gibt es hier sparta kann mir einer auf den kopf spucken aber mach das nicht bitte so werden jetzt etwas essen setzen uns jetzt hier hin hier haben wir jetzt schon unser tisch der teller ist hier noch leer wird aber gleich voll das ist jetzt hast du das gegessen muss sagen ich bin nicht satt geworden irgendwie nicht so viel viel zu wenig jetzt sind zwei knochen da hätte du auch raus komm schick schon bis zwei wochen bis zwei so nach zwei stunden stehen wir jetzt auf hier mein erster blog sorry dafür und war lecker mal ein bisschen zu wenig was was geht ab so weit weg will schon seit einer stunde sein ding sie aufbauen dieses gerät guckt euch mal bitte die anschlüsse das ist breitenberg sagt mal bitte noch mal 5000 mark 5000 mark das sind 5000 marken oder das ist full hd oder was für full hd das bild an ja das kommt das kommt doch dreimal vor du kleiner pendejo märda kalt die fresse guckt euch das an ich weiß nicht was das video auto 1 das ist nur das zeichen das ist normal das ist so programmiert du fängst mit den mund hast du gefangen? ja was sagst du mickey oder trimax ich bin für mickey okay und was sagst du for real wer gewinnt auch wenn du für mickey bist? ja ich glaube mickey gewinnt okay digga der typ guck mal wenn das letzte mal als wir den gesehen haben und jetzt ich glaube der Mann hat in derzeit 20 kg oder so abgenommen so hast du angefangen ja also bei dem gewicht hat mich trimax raus gefordert bei diesem gewicht ja bei diesem gewicht und so war ich von der verfassung da konnte ich nicht eine liegestütze wie viel kommst du jetzt? ich war letztes mal war ich auf jeden fall bei 20x4 20x4? ja ich glaube ich hab es auch okay 1,2,3 jo 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,3 1,3 where did he go? srrm masha la masha la masha la in favour stark da macht das der bree deswegen sage ich ja macha은 Kämpfah so auf Old School Basis angelehnt hier nehmt ein paar Karten ok wer näher an die wand reinkommt mit zwibbeln com komplett schlecht hier eduk halt fest Die Scheiße! Hier, hier, komm her, hier! Wir züppeln an die beiden Wärme dran! Ich hab gewonnen! Wie? Wir lücken hier inzwischen? Ja? Zwischen Daumen und Falkefinger? Ja? Bruder, wie denn bist du auf? Perfekt! Oh! Also du gegen mich, Rohat? Du gegen mich? Schleck! Ganz einfach. Ich zeig euch das jetzt nochmal. Hier zwischen, zwischen Daumen. Siehst du, ich hab gewonnen? Ich hab gewonnen, Alter! Siehst du auch? Siehst du das? Komm mal her! Hey! Jetzt, komm, Eric! 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 Ja, getroffen! Ja, getroffen! Du, was hast du gemacht? Ey! Er hat sich einfach fallen lassen, Bruder! Er hat sich einfach fallen lassen! Er hat sich einfach fallen lassen! Aber ich will das nicht! Aber ich hab gegessen, Murat! Sei kurz, ey! Ach, Scheiße! Mach, mach mal her! Ach, Scheiße, komm! Oh, Mann! Komm, jetzt mach du noch mal! Ja, mach! Du musst deine Arme gerade machen! Bei dir die Schultern raus! Okay! Lass dich da hinten fallen! Entschuldigung! Deine Känke, doch auch! Mach deine Arme gerade, und dann abkippst du dich! So? Mhm! So, mach das jetzt so! Oh! Stell dich mal vor! Ich bin wieder! Sie sind auch schon jetzt! Was ist das? Was ist das? Ich bin ein Trittspal! Okay! Der Arme stürt bei dir die Schultern raus! Ah! Warte! So! Wir fahren jetzt Micky nach Hause! Micky, was sagst du, wie war? War sehr cool! Hat Spaß gemacht? Hat Spaß gemacht! Ich freue mich aber auch aufs Bett! Das war's auf jeden Fall mit dem Vlog! Wir sehen uns! Viel Schipas! Micky ist zuhause angekommen! Wir sind jetzt alle im Schlafzimmer! Ich und der Rick, Rick will unbedingt neben mir schlafen! Ich habe gesagt, muss nicht sein! Roat sagt, ich will neben Abo schlafen! Ich habe immer neben Abo geschlafen! Ein auf Sehen! Ich bin schon immer mit ihm so zusammen gewesen, aber egal! Und da vorne ist Rohat! Und deren Bett ist da vorne! Da liegt der Cousin schon! Guck nicht hierher! Ich habe sicher! Ich habe sicher! Auf jeden Fall! So sieht's aus, ne? Auf jeden Fall soviel dazu! Wir werden jetzt richtig fett pennen! Danke fürs Vorbeischauen! Wahrscheinlich werden wir jetzt pennen! Der Cousin noch nicht einmal! Bruder, ich verspiel doch nur müde! Die chain gleich! Aber den Vlog ist zu Ende! Der Cousin noch nicht einmal schön ausschlafen! Äh! Und so! Der Mund redet einmal weg! Willst du noch was sagen? Das muss nicht sein! Tschüss! Schlusswort! Schlusswort! Wir sind nicht irgendeine Fam! Wir sind Viva la Cartel! OGs Platz! Freddy May wieder am Bellen!